herzlich willkommen zu einer neuen folge all inclusive ja auch von mir herzlich willkommen wir sind heute wieder zu dritt am start wir haben wieder ein gast dabei und heute sitzt mit uns im studio lisa lisa magst du dich vielleicht kurz vorstellen ja hallo ich bin lisa radziewski aus tabana 16 und ja ich bin gespannt heute auf den podcast ja lisa magst du uns vielleicht noch einmal erzählen mit was für einem thema du heute zu uns kommst über was möchtest du heute sprechen über gleichberechtigung okay das ist natürlich ein sehr großes thema ich glaube missbar da hat irgendwie jeder was zu zu sagen oder das glaube ich auch gleichberechtigung betrifft ja ja alle bereiche wo menschen irgendwie unterschiedlich behandelt werden vielleicht magst du noch mal erzählen lisa was du mit dem thema verbindest was ist für dich gleichberechtigung wo begegnest du dem thema also ich finde allgemein dass mir schon öfter aufgefallen ist dass manche leute sich über einstellen und meinen sie sind was besseres oder sie sind klüger und ja sowas kann ich absolut nicht leiden ja das ist natürlich keine schöne situation wenn irgendwer sich so über einstellt magst du vielleicht erzählen ob dir da eine konkrete situation so im kopf ist wo das mal passiert ist oder fällt dir da eine geschichte zu ein ja ich habe schon einige menschen kennengelernt die halt meinetwegen studiert haben oder irgendeine ausbildung gemacht haben und dann einfach so die den ja ihre klugheit kann man also so ihre intelligenz hoch gehoben haben und also nicht ausgedrückt haben dass sie klüger sind dass sie mehr wissen aber dass man hat's gespürt und die haben sich so die haben so durchblicken lassen dass ich halt die dümmere bin und sie halt die klügerin weil sie studiert haben oder weil sie eine ausbildung gemacht haben oder meinetwegen weil sie professor sind oder so also situationen in denen menschen sich quasi durch bildung so abgehoben haben und gesagt haben oder nicht gesagt haben aber das so ein bisschen haben spüren lassen dass sie irgendwie sich als etwas besseres sehen oder höherwertig sehen weil sie zum beispiel studiert haben höhere bildung ja genau das finde ich finde es einfach total unfair wenn menschen sich so übereinstellen weil ich gemerkt habe also mittlerweile dass ich finde dass jeder irgendwelche fähigkeiten hat und jeder auf seine art und weise intelligent ist aber das manchmal halt nicht so äußern kann ja und das ist also dass jeder irgendwie in irgendeiner sache schwächen hat und stärken und ja ich denke dass es eigentlich jedem menschen bekannt aber ja es gibt natürlich momente wo leute das nicht sehen und sagen ja okay ich habe jetzt hier irgendwas wo ich da besser drin bin und dann irgendwie nicht anerkennen dass es vielleicht noch andere themen gibt wo das gegenüber vielleicht dann ja in dem moment dann besser ist oder so nispa kennst du die thematik denn bist du dem auch schon mal begegnet dass du dich irgendwie für dumm verkauft gefühlt hast von irgendwem ja das kann ich nur zugute ich habe da auch noch was was mir einfiel und zwar hat also ein freund von meinem vater der ist musikprofessor und der hat mit dem habe ich mich darüber unterhalten und der hat zu mir gesagt selbst der höchste professor hat irgendwie eine meise und hat schwächen also ja dass man das überhaupt nicht so bezeichnen kann das hat er überhaupt nicht verstanden ja ich finde das eine ganz kluge aussage so weil gerade jemand der vielleicht ja professor ist oder der irgendwie sehr weit gebildet ist in seinem fach ja der mag vielleicht super viel ahnung von dem fach haben aber halt nur davon also man ist ja nicht dann so ein weltklug sage ich mal nur weil man jetzt irgendwie in einem ding besonders gut ist so ich meine mispa könnte dann genauso gut zu allen möglichen leuten sagen die keine musiker oder musikerinnen sind so ihr habt keine ahnung von der welt weil ich bin sängerin ich weiß alles besser so würdest du ja auch nicht machen oder mispa nein das würde ich nicht machen ja aber du hast eben kurz angeschnitten mispa dass du das auf jeden fall schon kennst also dieses gefühl von lisa teilen kannst ja fällt dir da eine konkrete situation ein wo du dich irgendwie so gefühlt hast und dachtest ey hier was was soll das jetzt warum stellst du dich so über mich ja so eine situation hatte ich da war ich nämlich beim arzt also beim orthopäden und da ging es darum ich habe Fußschmerzen und ich trage schon seitdem ich klein bin so orthesen aber ich habe gemerkt dass das mir nichts hilft und dann war ich 2019 bei einem orthopäden und der hat gesagt das kann man auch durch einen eingriff dann verbessern und dann bin ich zu der anderen orthopäden gegangen und dann hat die gesagt ja du müsstest aber orthesen tragen wir probieren das dann nochmal irgendwie drei zwei jahre und dann dachte ich mir so ihr wisst doch gar nicht was für schmerzen ich habe ich muss die ertragen und nicht ihr und wenn ich entscheide dass ich eine op haben will dann ist das so und das ende vom lied war ich wurde nicht operiert sondern ich habe stattdessen neue orthesen gekriegt und dann habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt ja also das ist glaube ich allgemein schwierig weil normalerweise hat man selber wenn man jetzt nicht unbedingt in der medizin arbeitet oder so ja nicht so viel fachwissen über medizinische vorgänge und aber man hat ja natürlich ein körperliches empfinden und man kann ja in sich rein führen und irgendwie sagen okay ich fühle mich irgendwie mit der behandlung irgendwie besser oder so und es scheint ja auch bei dir jetzt in dem fall keine einheitliche meinung gegeben zu haben dass der eine arzt sagte man können op machen und die andere ärztin sagte nee kann man nicht oder man sollte lieber das andere machen ja schwierig das problem war halt auch einfach als wir bei der anderen orthopäden waren war meine betreuerin auch dabei und meine physiotherapeutin auch meine physiotherapeutin hat gesagt ich kann machen was ich will aber meine betreuerin die hat gesagt probier doch lieber orthesen und dann hat sie die ganze zeit geredet und ich dachte mir so innerlich wer hat von uns beiden die schmerzen ich oder du ja das ist dann ja noch blöder wenn deine betreuerin die ja vermutlich keine ärztin ist jetzt dir quasi irgendeinen medizinischen rat gibt also das ist ja irgendwie nicht angebracht dann in dem moment und ja das ist irgendwie ein thema das kennt glaube ich kann glaube ich viele leute dass man sich von ärzten oder ärztinnen nicht so verstanden fühlt kennst du das auch lisa also was missbar gerade beschrieben hat dass du vielleicht bei einem arzt warst und ja vielleicht deine belange nicht so ernst genommen wurden ja ich hatte jetzt letztens erst eine situation dass ich mein zahnarzt gewechselt habe aufgrund weil mein zahnarzt der erste zahnarzt ist in rente gegangen dann kam eine neue zahnärztin und die wollte andauernd eine parodontose behandlung haben und ich hatte das gefühl die denkt ich schwimme im geld weil so billig ist ja nicht und ich habe den zahnarzt gewechselt und ja ich fand einfach die war auch sehr hochnäßig also ich habe schon öfter die ärzte gewechselt und ich mit denen ich zufrieden war das ist ja auch dein gutes recht man hat ja die freie arztwahl in deutschland ich meine vielleicht war es auch ein bisschen übertrieben aber ja ich finde also ich weiß nicht was da genau vorgefallen ist aber ich finde das nicht übertrieben wenn man nicht zufrieden ist mit einem arzt oder einer ärztin und dann dementsprechend sagt euch wechsel jetzt ich gehe mal woanders hin gucke ob ich da besser behandelt werde und oft sind es ja auch nicht die sachen die direkt gesagt werden sondern vielleicht auch wie man sich dir gegenüber verhält du meintest ja eben dass das dass die sich dass diese hochnäsig wirkte und das ist ja glaube ich genau dieses ding von oben herab also das muss nicht unbedingt ausgesprochen werden kenne ich zumindest so es ist dann manchmal einfach so ein gefühl der ist der ist irgendwie ganz weit weg von mir so mental sage ich mal oder hebt sich so krass ab ja also und ich war also durch meine epilepsie war ich im epilepsie zentrum in behandlung und da bin ich weggegangen weil ich halt voll unzufrieden war mit den ärzten weil die halt alle halbe jahre gewechselt haben und ich jedes mal wenn ich ins krankenhaus gekommen bin neuen arzt hatte und das war irgendwie für mich ziemlich anstrengend ich musste meine geschichte erzählen und dann habe ich mir niedergelassenen arzt gesucht und mit dem bin ich sehr zufrieden und da fühle ich mich gut aufgehoben und ich fand es einfach irgendwie im epilepsie zentrum hatte ich so das gefühl ich weiß nicht es ist ganz sehr schwierig so es klingt so wie das beschreibt als ob du da super unpersönlich behandelt wurde ist also ob du jetzt bei deinem arzt jetzt gerade einfach wirklich patient bist und der dich kennt und so deine ja deine geschichte weiß und im krankenhaus er bis zu einer nummer die hat abgearbeitet wird zumindest kenne ich das so aus größeren geschichten genau und das fand ich halt so im epilepsie zentrum ich musste meine kranken geschichte erzählen und eigentlich ist es ja so dass man sich die krankenakte vorher durch liest der arzt und das war halt nicht der fall und da hatte ich einfach keinen bock drauf und deswegen habe ich mir einen arzt gesucht und mit dem bin ich sehr zufrieden und ja ja ich denke in der medizin ist das allgemein schwierig wenn man halt selber nicht unbedingt viel ahnung vom fach hat und dann aber jetzt jemandem vertrauen muss der studiert hat oder so ich glaube das ist einfach ein sehr sensibles thema dass es einfach nicht so leicht ist sich wohlzufühlen wenn jemand dann ja vielleicht auch so um unempathisch handelt also ich glaube dass so eine geschichte kennt irgendwie jeder von einem blöden arzt von der blöden ärztin die nicht so auf einen eingehen möchte und da gebe ich dir recht ja da kann man schnell das gefühl kriegen dass man irgendwie einfach so von oben herab behandelt wird und nicht so richtig ernst genommen wird also ich weiß nicht ob man richtig also nicht ernst genommen wurde aber es wurde so abgearbeitet so da ich hatte so das gefühl das ist so gut wenn der patient wieder draußen ist ja ja genau und das finde ich also das klingt ja noch nicht ernst genommen werden also weil man dann nur ein fall sieht oder nur eine diagnose sieht und dann eben nicht den mensch dahinter und ja ich glaube das ist das passiert dann dann wird der mensch nicht ernst genommen sondern nur der fall oder so ja auf jeden fall ein sehr sehr großes thema mit einer sehr großen spannweite du hast mir auch oder hast uns auch vorher erzählt dass du auch hier in der bahne arbeitest das heißt du arbeitest auch in einer werkstatt kennst du da auch andere erfahrungen weil mispa zum beispiel hat mir von anderen werkstätten erzählt wo es auch so was schwierig ist und wo man auch ja nicht so als individuum wahrgenommen wird hast du auch solche erfahrungen gemacht aus anderen werkstätten ich bin eigentlich gleich in die bahner 16 gekommen als ich hier nach hamburg gekommen bin also ich komme nicht aus hamburg aus dem osten aus halle an der saale und da ja habe ich einfach von arbeitskollegen oder von freunden schon gehört dass es da auch nicht so gut sein soll in der werkstatt und dass man da auch oft von oben herab behandelt wird so dass man nicht ernst genommen wird ja vielleicht hast du lust darüber noch ein bisschen was zu erzählen du ja auch hast mir zumindest mal verraten in der werkstatt wenn man mensch mit handicap ist dass man oft eher ein bisschen ja von oben herab behandelt wird dass man eher ein bisschen als oder die bedürfnisse nicht so wahrgenommen werden wie sie eigentlich wahrgenommen werden sollten ich habe ja schon viele praktikums auch gemacht weil es war nicht ganz klar wo ich arbeiten soll wo ich da kurz davor stand die schule zu beenden und deswegen habe ich dann viele praktikums gemacht und ein praktikum da war ich bei einer vernichtungsfirma das heißt die haben akten vernichtet und da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt weil ich habe ich habe gesagt dass ich auf toilette muss und dann hat hat diese frau gesagt nein jetzt nicht ich kann jetzt nicht und ich esse gerade und dann habe ich natürlich gewartet und dann habe ich wieder gefragt nein jetzt nicht ich bin gerade am handy und ich finde das gehört da nicht das gehört da nicht hin wenn man dafür angestellt ist ja das ist ja auch noch schlimmer eigentlich als als jemand der von oben herab belegt das ist ja fast schon menschenunwürdig jemanden nicht auf toilette zu lassen und vor allem sind es auch schwierig dass sie das sagt weil das ist ja ihr job ja und das problem war damals einfach also also man muss wissen dass ich ein bisschen probleme habe damit auf klo zu gehen das liegt aber auch mit an meiner spastik und ich konnte an diesem tag nicht lange anhalten wo ich so auf toilette musste und dann habe ich halt leider eingenässt und das fand ich nicht lustig weil der gruppenleiter hat dann auch gesagt ja ich kann jetzt nicht mit dir du musst jetzt auch warten und das fand ich ekelhaft und dann habe ich auch geweint als ich dann zuhause war furchtbar also das ist finde ich ganz schlimm weil ich muss nur noch mal betonen es ist einfach menschenunwürdig so dass dass man dich halt so dir selbst überlässt in so moment ja ja lisa wir waren ja eben vorhin bei dem thema dass man bei ärzten oder ärztinnen manchmal nicht so gut behandelt wird das so von oben herab geblickt wird du hast mir auf jeden fall schon mal erzählt dass du das oder etwas ähnliches schon mal bei ämtern und generell bei ärzten ärztinnen beobachtet hast so ein gewisses phänomen dass wenn man da als mensch mit behinderung hingeht magst du darüber mal eben was erzählen ja also was ich sehr schwierig finde ist wenn es um den patient geht der arzt eigentlich mit dem patient reden will aber wenn ein assistent oder ein betreuer da ist dass man dass die ärzte oft den betreuer angucken oder den assistenten oder die assistentin und deswegen gehe ich auch alleine zu ärzten und nehme meine assistenten gar nicht mit weil dann können die das nicht machen außerdem mein neurologe würde das glaube ich auch überhaupt nicht gut finden also wenn ich jemanden mitbringe also das phänomen was du beschreibst ist dass über über einen gesprochen wird und nicht mit einem das ist ja auch eine form davon nicht so richtig ernst genommen zu werden oder nicht so richtig für voll genommen zu werden kennst du das auch missbar ich glaube wir haben über das thema auch schon mal gesprochen das kenne ich auch da fällt mir auch eine geschichte zu ein ich war 2017 im krankenhaus weil ich operiert worden bin und da war auch zwei wochen später ist mein freund auch da operiert worden und wenn man ja kurz davor ist die op zu haben hat man ja ein vorgespräch wegen narkose und sowas und dann ist die ärztin halt zu meinem freund ins zimmer reingekommen und ich war halt auch in seinem zimmer und dann hat die ärztin mit der mutter von meinem freund geredet aber sie hat meinem freund gar nicht dabei angeguckt und meinem freund wie soll ich sagen wenn man ihn nicht kennt dann versteht man ihn vielleicht jetzt nicht so wie ich aber er kann sprechen und er versteht auch alles aber diese ärztin hat ihn nicht angeguckt oder angesprochen sie hat über ihn geredet und meinem freund hat alles verstanden und am ende hat er dann sogar geweint weil er gestresst war wegen der op und ich finde das einfach nicht richtig also das ist doof ja total also es ist auch glaube ich ein phänomen was man glaube ich überall finden kann und ich glaube das ist für die leute auch schwierig die so handeln weil sie vielleicht unsicher sind und denken ach wie soll ich jetzt mit dem umgehen oder mit der umgehen bei mir wurde das ja auch gemacht also ja bei mir war das dann so ich war viel alleine im krankenhaus aber meine mama ist immer abends gekommen zum übernachten quasi sage ich jetzt mal so und der arzt wollte mit mir nicht reden also er wollte mir nicht erklären was da gemacht wird er hat gesagt ich muss warten bis meine mama wieder kommt wo ich mir so dachte ich verstehe sie doch sie müssen mir das vielleicht nur öfters und langsamer erklären aber ich verstehe es doch das finde ich auch total frech weil also er ja gar nicht er hat ja gar nicht versucht er hätte ja einfach mal sich fünf minuten hinsetzen können und dir das mal kurz erklären können und wenn du es dann nicht so verstanden hättest hätte man immer noch sagen können ja okay vielleicht warten wir bis deine mutter da ist aber einfach so von vornherein zu sagen nee du wirst das nicht verstehen und deshalb erklär ich dir nicht obwohl es um dich geht und deinen körper das finde ich schon krass aber das ist leider so ja also ich habe ja auch schon mal erzählt dass ich lange im rettungsdienst gearbeitet habe und das es gibt so eine sache die man lernt in der ausbildung man hat ja auch manchmal mit menschen zu tun die nicht bei bewusstsein sind und man würde jetzt nicht darauf kommen mit jemandem zu sprechen der nicht mehr bei bewusstsein ist würde man im ersten moment nicht drauf kommen aber man lernt in dieser ausbildung dass man das machen muss weil man eben nicht weiß wie viel kommt bei den menschen an wie viel versteht er noch und das ist einfach für jeden viel angenehmer wenn ich jetzt zum beispiel kurz vorher ansage was ich jetzt mache also jetzt wenn ich jetzt irgendwie an patienten tätig werden muss zum beispiel zugang lege oder so das ist auch für bewusstlosen besser wenn man dem das vorher sagt was man macht ich wollte gerade sagen also da kann ich wieder eine geschichte zu erzählen ja also 2019 war eine sehr schlimme zeit für mich weil mein freund war im künstlichen koma und da war auch nicht ganz klar wie er das wie er das mitmachen wird sage ich jetzt mal so und ich konnte ja leider nicht zu ihm hin weil er auf der intensivstation lag aber seine mama ist da immer hingegangen und sie hat dann zwischendurch auch mal von mir geredet und dann hat er reaktion gezeigt und wo sie mir das erzählt hat dachte ich mir so das hilft natürlich hilft das weil sonst würde er keine reaktion zeigen klar und ja das kann natürlich dann auch einfach bei der heilung helfen so mit sicherheit ja das ist ja wirklich schwierig wenn das nicht anerkannt wird lisa du hattest uns noch vorhin erzählt dass das diese eine sache so ein bisschen wie ein dorn im auge ist wenn ja der begriff behindert als schimpfwort verwendet wird erzähl doch mal was davon also ich habe schon öfter wenn ich durch die straßen gegangen bin oder wenn ich irgendwo einkaufen gegangen bin und dann waren halt mehrere jugendliche da und ein jugendlicher war halt langsamer als die anderen und dann kommt gleich so ein spruch ein bisschen behindert oder was so und das finde ich einfach ganz furchtbar da könnte ich auch am liebsten hingehen und rechts und links ja einfach so weil ich das so schlimm finde dass man das als schimpfwort benutzt das kann ich irgendwie nicht akzeptieren und nicht nachvollziehen ja ich finde das auch total schlimm wenn man das so verwendet also in meiner jugend erinnere ich mich noch dass das ist tatsächlich leider ein gängiges ein gängiger begriff war den man irgendwie als schimpfwort verwendet hat und ich habe das mal irgendwann reflektiert und habe mich gefragt warum eigentlich warum wird das so verwendet und ich habe es mir nur so erklären können dass vielleicht viele menschen gar keinen bezug in ihrem alltag zu menschen mit einschränkungen haben und vielleicht dadurch ja dass so ein bisschen weiter weg ist so ein bisschen fern ist und vielleicht auch dadurch ein ja so ein stereotyp entsteht und das ist auf jeden fall ein problem weil das ist würde ich sagen ein ein zeichen für fehlende inklusion weiß nicht wie ihr beide das seht ob ob ihr das bestätigen könnt ich sehe das genauso aber vielleicht ist es auch so dass die menschen also die leute die das sagen das sind ja meistens so jugendliche oder so die noch gar nicht so die erfahrung gemacht haben mit also mit dieser situation dass sie menschen mit behinderung vor sich haben und dann oder in so einer situation selber stecken also weil ich finde jeder kann von jetzt auf gleich irgendwie irgendwo eine behinderung bekommen sei es dir über die straße dich fährt ein auto an oder du gehst auf den fußweg und dir fällt ein ziegelstein auf den kopf oder irgendwie sowas da bist du dann auch behindert wenn man das so sagen will oder eingeschränkt da fällt mir leider auch wieder eine geschichte zu ein also ich freue mich mal wenn du geschichten erzählst auch wenn sie manchmal nicht so schön sind weil sie ein problem beinhalten aber erzähl gern davon missbar wir hatten urlaub und da habe ich und da habe ich auf kleine kinder aufgepasst und dann meinte die die kleine halt sie möchte mit mir einen film gucken und dann bin ich mit ihr rausgegangen und habe ein bisschen was zu knabbern gekauft und als wir dann auf dem weg nach hause waren waren so drei jugendliche hinter uns und die haben den die haben die mülltonne angezündet also mit feuer und die ganz kleine ist dann dahin gerannt und ich natürlich hinterher und dann meinten die jugendlichen du spaß die das haben die zu dir gesagt ja und dann hat die klar also die etwas größere von den beiden hat dann gesagt halt die fresse aber bei mir ist das so wenn ich so in stress situation bin dann macht meine hand ja nicht das was ich möchte sondern sie verkrampft sich und ich wusste einfach nicht wie ich da rauskommen soll weil meine hand halt nicht das getan hat was ich wollte ich wollte nämlich von meinem e-rolli den joystick in die hand nehmen damit ich halt losfahren kann und dann haben die jugendlichen sich darüber auch noch lustig gemacht und die kleine ist dann zur mülltonne gerannt die gebrannt hat und ich habe dann natürlich geschrien nein stopp nicht dahin rennen weil das ist ja gefährlich ja und die jugendlichen haben nur gelacht und ich fand das überhaupt gar nicht witzig was ich krass an der geschichte finde ist halt dass also was lisa eben erzählt hat war ja die dieses phänomen dass eben der begriff behindert so beleidigend verwendet wird und in dieser geschichte die du gerade erzählt hast wurdest du ja direkt angesprochen und direkt auf deine behinderung reduziert und dann auch noch mit so einem beleidigenden schimpfwort die menschen die wissen gar nicht wie das ist spastiken zu haben also ich zum beispiel ich kann sagen ich fühle mich so als ob mein körper 24 7 quasi unter strom ist und ich finde das nicht witzig und auch die beleidigung finde ich nicht witzig weil es gibt ja wirklich menschen mit spastik so wie ich ja und noch zicht andere das schlimme an dieser beleidigung ist dass du halt komplett darauf reduziert wirst und ich finde es auch schlimm weil du einfach nichts dafür kannst also die wird etwas quasi als mangel als fehler angeheftet womit du einfach auf die welt gekommen bist und womit du auch was du mir auch schon erzählt dass einfach jeden tag auch irgendwo zu kämpfen hast ja was ich zum beispiel auch schlimm finde also man muss wissen dass ich mich ziemlich viel erschrecke aber das ist auch ein ein teil von mir also das gehört auch mit zu mir und meine therapeutin hat mir erklärt das hat mit der entladung zu tun weil wenn ich nicht weiß wo wo die geräusche herkommen wenn ich nicht sehe woher die kommen dann mein körper entlädt sich also das heißt die ganze spastik geht dann in dem moment raus weil das einfach stress ist weil ich nicht weiß woher die ganzen geräusche kommen ja ja und dann ich glaube sowas sieht niemand der so solche beleidigungen verwendet also da wird wahrscheinlich überhaupt nicht drüber nachgedacht was das eigentlich für dich dann als betroffene bedeutet aber ich finde wir sollten darüber nachdenken weil das ist nicht lustig weil ich habe auch ähm wo ich mit den kindern dann draußen war und dann halt auf dem nachhauseweg war habe ich dann total geweint weil ich völlig ich war völlig fertig ich ich musste gucken dass die kleine sich nicht verletzt und dann musste ich mir noch von von drei jugendlichen anhören ja du sparst die und so ich finde das nicht witzig und das sind halt auch einer der gründe warum ich nicht gerne alleine draußen bin das verstehe ich auf jeden fall ja dieser kennst du auch solche situation wurde wirklich direkt angegangen wurdest direkt beleidigt wurdest oder irgendwie ja reduziert wurdest auf auf eine einschränkung kann ich jetzt also fällt mir jetzt gerade nicht so richtig irgendwas ein aber über mich wurde auch schon gelacht also weil ich langsamer bin oder das hat mich in dem moment natürlich auch sehr verletzt und damals war ich auch noch nicht ähm so stark wie ich jetzt manchmal manchmal sein kann also ich kann das nicht immer ja ich kann kann das nicht immer also es ist ähm schon so dass ich das manchmal kann und manchmal halt nicht also es ist so ähm ja aber mich macht das natürlich auch immer sehr traurig wenn irgendwie menschen mit handicap also andere menschen ich habe ja selber ein handicap also beleidigt werden oder ausgelacht werden das macht mich sehr traurig wenn ich das mitkriege ähm besonders bei rollstuhlfahrern die sich nun überhaupt nicht wehren können ähm finde ich finde ich das einfach ganz ganz schlimm und das macht mich auch richtig traurig dass dass es solche leute gibt die einfach ähm solche leute auslachen und ähm ja man soll dann auch mal nicht vergessen die leute denken da nicht dran aber spätestens im alter geht es denen genauso also selbst meine freundin sagt man sollte nicht über solche leute lachen weil spätestens im alter kriegt jeder irgendwie mal irgendwas wo er nicht mehr kann zumindest ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch also es gibt natürlich auch menschen die bis an ihren letzten tag fit sind und irgendwie alles machen können und dann von einem auf den anderen moment irgendwie sterben aber natürlich klar also wenn man älter wird dann kommen die gebrechen dann kommen krankheiten und dann kann es auch sein dass man im rollstuhl auf einmal sitzt wenn man nicht mehr laufen kann also das ist jetzt vielleicht ein ganz dummes beispiel aber johannes hieß das war doch versucht musiker zu sein bis er war er war schauspieler bis zum letzten tag so und ich weiß nicht wie alt er geworden ist über 100 weit über 100 und eigentlich haben alle leute gesagt er sollte mal aufhören aber er hat er hat es ja immer weiter oder ja weil er auch glaube ich noch konnte und weil das seine leidenschaft war vielleicht kurz für alle hörerinnen und hörer die jetzt nicht wissen über wen wir sprechen johannes hieß das der ist schon ein paar jahre tot das war deutschlands ältester schauspieler das war ein theaterschauspieler der mit über 100 jahren noch auf der bühne stand der konnte es nicht lassen könnte man sagen genau aber ich also ich habe irgendwie gehört dass auch einige leute zu also so gedacht haben oder es auch gesagt haben er sollte doch mal ruhiger machen er ist jetzt auch schon ein bisschen betagt oder ich weiß es nicht klingt das jetzt doof nee aber er hat ja glaube ich einfach also er hatte das was ich eben beschrieben habe er war glaube ich so jemand der einfach bis zum letzten tag er auch körperlich noch sehr fit war der jetzt noch keine großen einschränkungen mit dem alter erlebt hat zumindest ist mir das nicht bekannt wenn man also sind mit so einem hohen alter noch noch so auf der bühne steht dann ist das schon es fiel mir jetzt einfach ein ich würde mal ganz kurz zurück auf das was wir eben besprochen haben ich hatte dann nämlich noch eine idee weil lisa du meintest ja dass du jetzt so eine geschichte wie mispa sie eben erzählt hat so jetzt persönlich noch nicht erlebt hast und ich habe eine idee warum das woran das vielleicht liegen könnte du meintest ja eben lisa dass menschen die im rollstuhl sitzen oft irgendwie sowas abbekommen sage ich mal so in der richtung und ich glaube wenn man in einem rollstuhl sitzt ist das sehr offensichtlich einfach nur ich wollte gerade sagen also die leute denken glaube ich wenn man im rollstuhl sitzt das sieht man ja genau das ist irgendwie sehr offen dann aber wenn man laufen kann sieht man das vielleicht nicht so schnell das habe ich bei meiner cousine zum beispiel meine cousine aus berlin die ist geistig behindert und sie kann aber auch ruhig sein was ihr eigentlich sehr schwer fällt aber wenn sie dann ruhig ist und wenn wir dann draußen spazieren sind merken dass die leute gar nicht dass sie etwas hat es sei denn sie fängt an mit ihren sachen die sie dann halt macht dann merkt man hoch ich glaube du könntest was haben ja genau das ist so in die richtung habe ich halt auch gedacht weil also dir lisa sieht man das jetzt ja auch nicht direkt an dass du ein handicap hast zum beispiel und wenn wenn man mispa als er das erste mal sieht dann sieht man hat ein rollstuhl und ich glaube vielleicht ist es dadurch genau wie du es gerade erklärt hast mispa der rollstuhl ist ja leider ist ja leider nicht zu verbergen genau der gehört ja mit zu mir den hast du halt immer dabei das sind quasi meine füße ja genau aber ich muss sagen man merkt mir das nicht gleich an aber ich bin auch langsamer als andere also verlangsamt sozusagen das merkt man dann mit der zeit irgendwie dass ich länger für irgendwelche sachen brauche so ja das merkt man nicht gleich aber genau mit der zeit oder also genau aber deswegen meine ich so eine situation wie mispa sie mit dem brennenden milleimer hatte und den jugendlichen die dann da dieses blöde wort benutzt haben dieses beleidigende schimpfwort sowas akutes ja würde wahrscheinlich dir jetzt nicht sofort passieren weil man es eben nicht auf den ersten blick irgendwie dir anmerkt oder so sieht sage ich mal auf den ersten blick ja das ist auf jeden fall ähm sehr krasses thema weil es halt ähm ja einfach wirklich da ist diskriminierung einfach mit drin und zwar in ganz großem maße und das finde ich immer immer schlecht wenn irgendwelche menschen auf irgendein grund irgendwelcher sachen diskriminiert werden seines sei es eine einschränkung oder sei es eine herkunft oder ähm ja eine religiöse orientierung oder sonst etwas mich würde jetzt mal interessieren georg wie hast du das eigentlich gemerkt ähm dass ich eine behinderung habe ich glaube du hast es mir erzählt ich glaube du hast mir ähm genau du hast mir erzählt wie das bei dir entstanden ist dass du eben einen unfall hattest wenn ich das so sagen darf und ähm ja genau also das kann ich ja mal einfach so ganz frei berichten wie das war als ich hier in die bahner kam ich wusste wirklich sehr lange am anfang nicht wer es beschäftigt wer es mitarbeiter also weil es einfach eben so schön ähm ist hier dass es eben nicht so klar ist natürlich jetzt eben wie an dem beispiel ähm wenn man jetzt jemanden im rollstuhl sitzen sieht dann ist es irgendwie offensichtlich klar aber ganz oft ist es eben nicht offensichtlich und dann ja sieht man darüber aber auch dann sehr schnell hinweg weil man merkt es geht hier gar nicht darum irgendwie hier in meinem kopf einzuteilen wer ist hier behindert und wer nicht sondern ähm wir sind einfach alle menschen die hier gerade zusammenarbeiten und das ist irgendwie das einzige was dann im moment zählt das habe ich das habe ich hier gelernt das ist irgendwie für mich auch was neues gewesen weil ich eben auch bevor ich hier mein praktikum begonnen habe ja keine wirklich berührungspunkte mit menschen mit handicap hatte und ähm deswegen fällt mir das auch leicht dann vielleicht zu verstehen wie manche menschen reagieren oder oder agieren weil ich auf jeden fall dieses gefühl kenne mit das das kenne ich nicht das ist etwas was ich noch nicht erlebt habe in meinem leben so und ähm ja wie soll man sich mit etwas auskennen was man noch nicht erlebt oder gesehen hat ist schwierig deswegen ich versuche immer bei allen möglichen konflikten versuche ich immer irgendwie beide seiten zu sehen und sie zumindest zu verstehen und ja es geht nie klar es ist nie in ordnung irgendwie abfällig beleidigend oder sonst was zu sein aber zumindest das verhalten von zum beispiel einer ärztin die über einen kopf hinweg spricht und mit einem betreuer redet weil sie es vielleicht gar nicht besser weiß weil sie denkt ach muss ich jetzt mit dem sprechen weil versteht der patient mich überhaupt so also solche sachen glaube ich gehen dann in den menschen vor und deswegen fällt mir das glaube ich leicht ist zumindest nachzuvollziehen dass das nicht richtig ist das ist klar aber man kann es vielleicht verstehen warum die menschen so reagieren ja wir hatten ja noch noch so eine andere sache die die ganz interessant war finde ich wir haben jetzt ja viel gesprochen darüber wie man auch wahrgenommen wird von anderen menschen und ich glaube dass was da auch wichtig ist bei dem thema ist wie viel mitbestimmung hat man und wir haben ja schon oft in diesem podcast über inklusion gesprochen und dass es da auf jeden fall noch viel verbesserungsvorschläge gibt richtig miss war ja richtig aber zu dem thema kann ich noch sagen ich bin ich bin sehr froh hier in der barna gelandet zu sein weil hier darf man halt mitbestimmen und hier wird nicht über über den kopf hinweg entschieden ja wir sind natürlich wir machen jetzt natürlich hier keine verblümte werbung oder so für die barna 16 ich glaube was man hier hört sind einfach ehrliche meinungen darüber wie es gut laufen kann genau weil wenn man so wie ich aus einer anderen werkstatt kommt ist das hier echt gleich ein ganz anderes bild also das muss ich wirklich sagen du hast ja auch schon in einer vorangegangenen folge von deinen werkstatterfahrungen berichtet und das klang gruselig wenn ich mal ehrlich bin genau und ja lisa wie nimmst du das denn hier so wahr in der barna hast du das den eindruck dass man hier zumindest ähm ja mehr gehört wird als vielleicht anderswo ja also ich habe total das gefühl dass jeder total ernst genommen wird und das finde ich finde ich total super ähm dass man ja dass nicht nur gesehen wird dass derjenige die einschränkungen hat und der hat die einschränkungen sondern dass man als mensch wahrgenommen wird und das finde ich total super weil jeder irgendwelche fähigkeiten hat und äh ich sage mir mein bruder hat zu mir gesagt immer sagt immer zu mir gleiches recht für alle also und das finde ich es stimmt ja auch gleiches recht für alle total also so sollte es sein ähm leider sieht es vielleicht in der praxis manchmal ein bisschen anders aus ja es sieht manchmal anders aus aber ich finde diesen satz also gleiches recht für alle ist irgendwie total ja da kann man nichts dran rütteln ne also kann man nicht kann man irgendwie nicht ne das das wäre so die ja der richtige zustand den man haben möchte ja ich habe vorhin kurz mit einer mitarbeiterin hier gesprochen und die findet auch unseren podcast sehr interessant und unsere themen die wir so besprechen und ähm die meinte auch also natürlich läuft hier in der bana nicht nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen also hier gibt es auch Dinge die vielleicht nicht so gut funktionieren oder die ähm die noch verbesserungswürdig sind und eine dieser Dinge ähm war zum Beispiel ähm dass man jetzt hier vor kurzem eine Dienstbesprechung eingeführt hat für Beschäftigte also weil weil die Mitarbeitenden irgendwann gesagt hat sag mal wieso haben wir eigentlich eine Dienstbesprechung als Mitarbeitende und besprechen hier Themen und die Beschäftigten haben das gar nicht so und ich fand das irgendwie cool zu sehen dass man da in so einen Reflektionsprozess geht und sagt ja okay wir sehen hier noch Dinge die noch nicht hundertprozentig richtig sind deswegen korrigieren wir sie und führen sowas einfach mal ein wie findet ihr das denn dass ähm ihr jetzt die Möglichkeit habt auch mal so eure Belange zu äußern also ich finde das richtig gut also weil dann weiß man auch was hier so läuft was ich auch gut finde ist dass ich zum Beispiel die Nummer von meiner Chefin habe dass ich sie mal privat auf WhatsApp anschreiben kann wenn irgendwas los ist in anderen Werkstätten wenn ich das glaube ich fragen würde würden die sagen nee Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat ja ich finde das ist eine bemerkenswerte Sache also grundsätzlich natürlich total schön wenn du ähm auch noch einen Ansprechpartnerin außerhalb der Arbeitszeit hast ähm ich sehe jetzt aber auch die die ähm ja die die Leute die sagen okay ich trenne das Arbeit und Privat das verstehe ich auf jeden Fall gut weil ich also ich studiere ja gerade soziale Arbeit und ähm da ist ein Thema immer ganz wichtig das nennt sich Nähe und Distanz und ähm es ist wichtig für den Job der sozialen Arbeit ähm dass man Nähe zu den Leuten hat weil man ja immer mit Menschen arbeitet und da Beziehungen zwischen Menschen natürlich wichtig ist aber es ist auch wichtig für einen selber dass man sich zum Beispiel auch von Schicksalen abgrenzen kann weil naja früher im Rettungsdienst musste ich das auch machen wenn ich jemanden Leiden habe sehen dann durfte ich eigentlich nicht darüber so viel nachdenken oder das an mich ranlassen weil sonst hätte ich diesen Job nicht machen können ja das kann ich natürlich auch verstehen also ich verstehe deine Seite auch voll und ganz aber es ist einfach schön dass also meine Chefin kam halt auf mich zu und meinte willst du meine Nummer haben meine private und ich habe ich habe erstmal so geguckt darf man das überhaupt also irgendwie finde ich das gerade komisch ja ich finde es auch richtig gut dass das dass sie das so anbietet ähm um das kurz zu erklären MISPA hat auch meine Nummer es ist auch einfach einfacher ne wenn man dann irgendwie nach der Arbeit fällt einem noch was ein was man irgendwie abklären muss oder besprechen muss ja und ähm ja das finde ich dann auch in Ordnung ich meinte nur gerade ähm ich verstehe ich verstehe jeden der sagt wenn ich in so einem Beruf arbeite dann muss ich das trennen also das ist super gut wenn das wenn die Leute das hinkriegen und sagen okay ich kann auch ähm da die Grenzen etwas verschwimmen lassen aber ich verstehe eben auch die Leute die das vielleicht nicht machen naja also ähm ich äh finde es finde es auch wichtig dass man so seine ähm Grenzen äh zeigt oder dass man auch so eine Privatsphäre hat ähm ähm aber äh ja ich ich habe die Nummer auch so ähm ähm ich schreibe ihr auch gar nicht privat oder so sie schreibt also manchmal schreiben wir aber da schreibt sie mir eigentlich dann manchmal morgens kannst du äh noch vor der Arbeit könntest du noch das und das einkaufen ja ähm ja dann ist es leichter zu kommunizieren oder so definitiv ja würde ich auch sagen und vor allem was ich finde ähm wenn man das macht wenn man als äh äh Pädagogin oder Pädagoge sagt alles klar meine meine Beschäftigten meine Leute mit denen ich arbeite die haben auch meine Nummer weil ähm ähm es gibt einfach Dinge bei denen muss man auch mal außerhalb der Arbeit was klären ich glaube da kommen wir zu unserem äh äh Ursprungsthema wieder zurück nämlich Gleichberechtigung das war ja so dein Oma-Thema Lisa ähm 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 das ist da ja dann irgendwo viel mehr gegeben weil es äh nicht heißt ah hier jemand der hier beschäftigt ist der kriegt meine Nummer nicht so von wegen sondern ne es ist ja jeder irgendwie gleichberechtigt und äh kann auch mal nach der Arbeit schreiben und sagen hey hier irgendwas lief ja heute nicht so gut oder ich hab da nochmal eine Frage zu irgendwas ähm ich finde zumindest dass das ein guter Ansatz ist um das Thema Gleichberechtigung auch auszuleben ja das war doch heute wieder ein richtig spannender Podcast wir haben ja wieder irgendwie wichtige Themen besprochen und ja auch uns gut ausgetauscht wie ich finde wie seht ihr beide das? das finde ich natürlich auch ich fand das heute auch wieder sehr interessant ja ich ähm hoffe dir ging es auch so Lisa? ja auf jeden Fall schön freut mich dass ähm wir hier wieder so eine schöne Runde äh zusammengefunden haben und ja dass wir vielleicht auch ähm spannende Dinge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute besprechen konnten ähm ich kann nur sagen vielen Dank Lisa dass du dir heute Zeit genommen hast und bei uns warst bitte habe ich sehr gerne gemacht das freut mich und ja auch wieder an dir vielen Dank Mispa dass wir heute wieder hier eine schöne Folge aufnehmen konnten immer gerne doch alles klar dann würde ich sagen Lisa machs gut und ähm einen schönen Gruß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bis bald bis bald tschüss 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 tschüss